Ich kann ja auch nicht warten, weil sonst schlagen mich die Dinger. Zap. Zap. Und Zap. Das ist schon zu viel Anlauf. Beziehungsweise zu viel Sprung, was ich da gebe. Ja, das wäre perfekt, aber... Ich werde ja von dem Ding weggeschleudert. Das ist ja das Doofe dabei. Zap. Zap, Zap. Das geht doch gar nicht. Hä? Ich lande da auf seinem verfickten Kopf drauf und werde irgendwo hingeschleudert. Ich muss auf dem hintersten Teil seines verdammten Scheißschädels landen, habe ich das Gefühl. Ja, noch ein Stück weiter hinten und dann käme ich da rüber. Das ist schon mal ein sehr, sehr böser Sprung. Es ist ein cooler Sprung. Zumindest ein toll ausgedachter Sprung, muss ich sagen. Aber die Ausführung davon ist ziemlich doof. Ja, sehr doof passt, sehr gut, glaube ich. Wie mache ich das genau? Oh, yes! Ne, Moment, das ist mein extra Safe State wert. Sorry, das war heftig. Das ist mein extra Safe State wert. Und jetzt? Hier oben lang, oder was? Wegen dem P-Switch. Den habe ich doch gesehen da eben. Hopp und hopp und... Das wundert mich aber jetzt. Erst sind das so total schwere Passagen und jetzt wieder so pisseinfache. Ja, ich sind pisseinfache. Ich sterbe hier nur total doof, weil ich... Weil ich versuche, möglichst viel Zeit zu... Ich bin so dumm. Möglichst viel Zeit zu sparen. Nur deswegen sterbe ich hier so dämlich. Das ist nicht schwer. Hier ist der Switch. Was? Ach so, ich verstehe. Man darf diesen Switch... Ähm... Mario? Mario? Man darf diesen Switch nicht mitnehmen. Man muss ihn direkt drücken. Das soll das Schwierige daran sein. Was? Hä? Moment mal. Was? Oh, ich jetzt sag Nick. Ich muss einen Sprung durch die Bullet Bills machen. Das geht, aber... Da habe ich jetzt ja gar keinen Bock drauf. Außerdem, das ist doch... Ist doch fast ein Glitch. Ich warte einfach mal die zweite Reihe ab. Ich wette, danach kommt der dritte. Man muss den Sprung durch Bullet Bills machen, oder? Ich würde es ja gerne herausfinden, aber... Das Spiel ist da gerade so ein bisschen gegen. Ja, danach kommt noch mehr. Oh nein. Man muss ja einen Sprung durch Bullet Bills machen. Scheiße. Ja, genau so. Und dabei nicht sterben. Oh wow. Das kann jetzt lange dauern. Das kann jetzt eine Zeit dauern. Das ist nämlich echt schwierig. Und ich glaube, das ist auch nur pures Glück, ob man es schafft oder nicht. In THS ist es. Da geht das immer. Daher habe ich es auch. Das ist funktioniert. Ja, genau. Das muss man machen. Scheiße. Das verlangt ihr von einem? Ja. Das kann nicht euer Ernst sein, oder? Das kann nicht euer Ernst sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Oh Gott. Nein. Doof, 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 doof. Scheiße, zu spät. Runter. Ja, das geht aber. Ja. Nein. Bisschen länger gedrückt halten dann. Oh. Oh, das könnte ich doch nicht erster von einem verlangen. Oh. Meine Fresse. Und. Ich hoffe, das ist der Letzte. Wenn es der Letzte wäre, dann wäre es ein Ort. Ja, ich glaube, das ist der Letzte. Oh. Oh. Lass es den, äh, lass es der Letzte gewesen sein. Geht's hier runter? Nein. Oh nein, keine fliegenden Fische. Nein. Nicht auch noch fliegende Fische. Ich hasse fliegende. Oh Gott. Oh. Oh. Gott. Oh. Gott. Oh. Das kann jetzt lustig werden. Nein. Aber mach ich ein extra Tap-State von. Das kann mich nerven kosten. Die drei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Bums. Bums, bums. Blüps, blüps. Okay, die muss ich wohl abwarten. Ja, ungefähr so irgendwie. Irgendwas sagt mir, dass ich hier gerade unglaublich viel Zeit bei verdödel. Oh Mann, die kicken mich wieder hoch. Die bringen mich gar nicht um. Die Arschlücker kicken mich wieder hoch. Hey, wer hat sich, wer hat sich das hier ausgedacht? Hey, wer hat sich, wie weit geht das? Nein, es geht eigentlich, aber. Oh Gott, wer hat sich das nur ausgedacht? Oh nein. Es ist nicht, das ist nicht schwierig. Es ist eigentlich nur unglaublich nervig. Auf den muss ich noch warten. Und jetzt auf den, ich muss auf beide warten, oder? Ja. Oh Mann. Und runter, und runter. Und jetzt geht es etwas besser, weil die höher fliegen. Ja, wieder so eine Falle, die nicht gut durchdacht ist vom MMMM. Denn, ja, die oberen sind vielleicht schwer, doch alles, was danach kommt. Das ist leider, ja, so gesehen. Leider für ihn, Pils, einfach. Weil die Viecher nicht so tief abspringen. Hä, das ist ja schon das Ziel? Moment, das verstehe ich nicht. Ne, das ist noch nicht das Ziel. Da ist das Ziel, ja, aber. Was ich hier mache, ist pures Glück irgendwie. Ach so, ich, ach so, ich brauche. Moment mal. Ah, ich verstehe, okay. Ich brauche den ersten Switch, um an den zweiten Switch zu kommen. Und die Viecher gehen mir so auf den Sack. Aber dann ist der Level total kurz. Das ist ja schon wieder kein Manko, aber zumindest die Zeit reicht dann. Oh, die kommen da nicht hoch. Auf. Auf. Dehn. Und, ein Stück zu weit. Ich hasse es, wenn ich nichts sehen kann. Weiter. Geht doch weg. Die beiden müssen weg. Und, nee, die drei müssen weg. So. Den töte ich. Ah. Ey, ihr scheiß Fische, Alter. Bleibt doch im Wasser. Ich bin oben. Wunderbar. Ja, und jetzt? Wie komme ich hier wieder raus? Ach so, natürlich. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm und dämlich manchmal. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Soll ich mich das trauen? Ja, ich trau's mich. Ich trau's mich. Ich speichere hier. Wunderbar. Das hat's echt gebracht. Was? Hä? Moment, Moment, Moment. Ich versteh das nicht. Oh, hier gibt's ja keine Monde mehr. Was soll das? Hier gibt's echt keine Monde mehr. Was ist hier? Hä? Ah, jetzt versteh ich das. Ist das doof. Hä? Moment, wie komme ich da? Hä? Wie komme ich da hin? Was ist das denn? Das versteh ich nicht. Hä? Ja, von unten. Das versteh ich noch, aber... Du willst mir so doch nicht ernsthaft sagen. Ich muss warten, bis der weg ist. Dann werden... Das ist ein Manscher. Ja. Was zur Hölle? Aber ich krieg diese Manscher doch nicht weg. Oder Moment mal. Ach doch. Ich glaub, ich hab's verstanden. Mann, ist das doof. Mann, ist das doof. Mann, ist das... Moment mal. Kann ich da etwa durch? Hä? Ey, wo geht's denn da hin? Ey, wo geht's denn da hin? Da will ich gar nicht hin. Ich... Ich hab das Ziel doch schon gesehen. Da will ich doch gar nicht... Moment mal. Ich kann... Was? Den brauche ich. Kann ich von den Fischen Blüps machen? Blüps? Blüps? Ja, kann ich. Okay, jetzt bin ich hier. Ist das gut? I have absolutely no idea. Da kann ich mir das hier holen und den nehmen und ich bin wieder gefangen und super und toll und... Ach, ich muss den hier drücken. Aber Moment mal. Moment mal. Ich hab jetzt mal eine Idee. Ich glaub, das Level, das ist ein bisschen undurchdachte. Moment mal. Ist das nur für den Mond, aber... Oder... Denn wenn ich jetzt den hier drücke und danach den hier drücke und jetzt noch irgendwie halbwegs gut überlebe, da brauche ich den noch gar nicht. Oder wie sehe ich das? Moment, doch. Hä? What? Was muss ich überhaupt machen? Also ich muss auf jeden Fall wahrscheinlich hier unten lang und da oben kann ich auch lang. Ich kann überall lang. Ist das alles merkwürdig? Gehen wir erstmal hier unten... Ne, gehen wir... Moment mal. Holen wir uns erstmal diesen... Wir brauchen wahrscheinlich diesen Switch. Okay, das... Nehme ich ja nochmal so hin, wie es ist. Äh. Ja, das Level ist zwar schön aufgebaut, aber irgendwie auch total... Äh. Komisch. Da... Da drauf. Da drauf. Ey. Dieser dämliche Fisch. Immer wenn ich denke, er ist weg, dann kommt er wieder. Und der genauso. Und der erst. Was muss ich hier machen? Ich komme doch nicht mal umzu. Komme ich da überhaupt umzu? Ist mal ohne Witz. Das ist total merkwürdig. Doch, ich... Ach, ich komme da umzu. Oh, jetzt habe ich es auch verstanden, glaube ich. Ich muss da wirklich einfach nach oben. Sobald ich es kann. Ungefähr jetzt so. Oh, Mario. Du Arschgesicht. Und dann hopft er dem Fisch in die Fresse. Ich glaube das nicht. Äh, das Level macht keinen Spaß. Naaah. Naja, er hüpft dem Fisch in die Fresse. Das kann nicht wahr sein. Kann ich nicht einfach dem Fisch dann auf... Ne, der ist zu weit weg. Also schneller oder was? So viel zu schneller. Ja, genau. Was? Bist du deppert? Ist das ein Scherz? Ey, du Schlampe, Alter. Moment. Was? Ne, Moment. Ich, ich hab's. Oh ja, genau. Und jetzt? Ne, ich komme da wieder hoch. Ich muss nur von so einem Scheiß-Fisch absprengen. Ist ja gerade einer passend. Natürlich nicht. Yassa. Ach, es geht sogar so. Aber wofür braucht es einen dämlichen Switch jetzt? Oh Mann, ihr Scheiß-Fische, Alter. Yassa. Na, warte mir die Fische ab. Hast sonst nichts zu tun. Ah. Ah. Nein, das ist doof. Ah. Nein. Drecksfisch. Drecksfisch. Geh nach Hause. Geh weg. Alter, spiel mit deinen Freunden. Du hast keine. Ist nicht mein Problem. Geh bloß weg. Jetzt drücken wir den. Und jetzt können wir... Nö, ist noch ein Self-State. Ich weiß nicht, was dann passiert. Das ist doch... Was ist das hier? Der Level, der ist wirklich immer schöner hier, das Spiel. Und ich dachte, das letzte Level wäre doof. Oh. Und jetzt? Was ist hier hinten? Der Tod. Ach ne, unten geht's auch lang. Stimmt ja. Und hier hin. Hopp. Ach, ich hab schon gedrückt, oder? Ja. Hopp. Noch ein weiter Sprung. Ein weiter Sprung. Da sind... Was? Was? Oh. Aber Moment, wofür ist das alles? Juhu. Ach, jetzt ist Level Ende. Super. Was bringt mir das denn? Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Das bringt es... Moment mal. Das bringt es mir. Ich kann das Ding mitnehmen. Das bringt es mir. Okay, und so komme ich wieder in die Nähe von dem Ding. Den Fisch muss ich erwischen. Jups, genau. Aber wofür das Ganze? Nur damit ich einen P-Switch habe, den ich mitnehmen kann? Uah! Es werden immer mehr verdammte Fische. Und die Zeit läuft mir echt schon wieder ab. Ich habe den P-Switch. Ich habe jetzt jeden verfickten P-Switch mitgenommen, den ich mitnehmen konnte, täte, hätte, sollte. Wofür? 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 Was? Was? Fehlt mir da eine Münze, oder? Wofür das Ganze? Hätte ich die Münze noch nicht wegnehmen dürfen, oder was? Was? Ich, ich, ich kapiere das gerade nicht. Wie, wie, was? Hätte ich denn einen Muncher irgendwas behalten müssen, oder was? Was ist das? Hätte ich die Münze da bleiben müssen, oder? Ey, ich, ich, ich kriege gleich echt das Kotzen hier. Aber das bringt es doch auch nicht, weil danach, da geht es doch irgendwie auch nicht. Ey, ja, jetzt bauen wir hier noch so ein Scheiß-Rätsel-Level hin, ne? Hä? Warum ist denn der dann da eben... Das eine Münze, oder was? Ist das ein Scherz? Du bist da doch eben auch durchgekommen, du Klempner-Wichser! Ja, genau so! Ah, ich glaube, ich verstehe das. Ich glaube, ich verstehe... Das ist eine Münze, ne? Das ist... Das ist... Moment mal, das ist eine Münze? Ach so, ne. Das ist eine Münze, oder? Da ist das Loch! Aber Moment mal, wenn das eine Münze ist, dann... Bei gedrücktem P-Switch kann sich das so nicht zurückverwandeln. Was? Oh mein Gott, du Scheiß-Fisch! Ja, da fällt er runter, das darf er ja auch gerne, weil da läuft er ja nicht runter. Okay, und wie sieht das ungetimt aus? Oh nein, ich glaube, ich weiß, was ich hier machen muss. Äh, ich glaube, ich weiß, was ich hier machen muss. Ah, das muss wieder ganz genau abgepasst sein. Okay, erstmal möchte ich wissen, wovon hängt das ab, ob er da drauf landet oder nicht? Oh, ich sag nicht, es ist random. Sag mir nicht, es ist random. Nicht, nicht. Oh, leg ihn da noch hin! Doch, wahrscheinlich ist es random. Oder wenn ich höher springe. Nein. Es ist random, ob er da den Block erwischt oder nicht. Oh nein, okay. Welcher ist noch der, so gesehen, moderateste von den Safestates, die ich hier gemacht habe? Der ist zu weit weg. Der eigentlich auch. Wann habe ich den hier gemacht? Ich nehme mal den hier.